Ja, hallo Filmfans und willkommen zu meinem zweiten kleinen Unpacking Video. Ich habe das Päckchen schon ein bisschen aufgemacht, weil ich will mich ja nicht Ewigkeiten hier mit so einer Packung aufhalten und ihr wollt mir bestimmt auch Ewigkeiten hier nicht beim Schnüppeln und Rumreisen zugucken. Auf jeden Fall, ja, meine zweite Bestellung von CD-WOW. Ja, die sind halt so, die schicken alles gerne einzeln raus. Gucken wir mal, da ist schon die Rückseite. Und die vor dir? Ha! Was ist das wohl? Auf jeden Fall ist das schon noch ganz krass gefahren. Ja, gucken wir mal, was dort drin steht. So, da ist eine der... Da ist einmal der Zettel. Machen wir mal so komische kleine Zettel rein. Gucken wir mal. Oh ja. Ja, da ist die Zettel. Der ist jetzt mal ein komischer Richtig. Wow, ja. Ja, das ist schon mal die Rückseite. Sieht fantastisch aus. Ja, das hier ist der Zettel von CD-WOW. Ja, und... Ist aus den United States verschickt worden. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es vorne aussieht. Oh, ja. Oh, ja. M-Style. Absolut geil. Und zwar, ja. Ja, cool. Geil. Von MTM. Ja. Sieht so geil aus. Ja, das ist ein etwas älterer Film. Aber der ist absolut geil. Ja, und das hier ist im Gegensatz zu Deutschland-Gregen-DVD, die Ungekatze. Ja, auf jeden Fall. Das war mein kleines Unpacking-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Lord. Ciao.